moin leute was geht hier ist wieder geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr die geheime herausforderung lösen können indem ihr fünf honigtöpfe finden müsst ich werde euch jetzt im anschluss alle honigtöpfe alle locations einblenden falls euch das video gefällt leute lasst ein like da abonniert diesen kanal wenn ihr mehr sehen wollt und ansonsten viel spaß und bis zum nächsten mal so 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 so